In diesem kurzen Video stellen wir Ihnen den Umfang unserer Vorbereitungsunterlagen auf die schriftliche IHK Sachkundeprüfung Versicherungsfachmann vor. Dieses Angebot heißt bei uns Paket S, wobei S hier für schriftliche Prüfung steht. Im Paket S sind alle Unterlagen enthalten, die Sie zur erfolgreichen Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung benötigen. Auch die Vorbereitungsfragen sind hier als ausdruckbare PDF-Prüfungsbögen dabei. Die Vorbereitungsfragen bieten wir auch einzeln als Paket F an. Doch zurück zum Paket S. Zunächst bekommen Sie drei verschiedene Strategien aufgezeigt, nach der Sie sich gründlich in zwölf Schritten vorbereiten können. Haben Sie schon Vorwissen und oder weniger Zeit, dann wird Ihnen unsere schnelle Vorbereitungsstrategie in vier Schritten gefallen. Zusätzlich zu den beiden Strategien bekommen Sie die Unterlagen auch noch einmal so aufbereitet, dass Sie sich vollends individuell nach Ihren Wünschen vorbereiten können. Das ganze Material ist gut strukturiert und Sie bearbeiten die Bereiche, die für Sie wichtig sind. Das gesamte Material umfasst mehr als 1000 Seiten, daher wollen wir hier nur kurz die wichtigsten Inhalte zeigen. Sie erhalten unter anderem folgendes Vorbereitungsmaterial. Zu jeder Sparte eine Übersicht der für die Prüfung relevanten Kernbereiche, wobei die Übersicht als Checkliste ausgearbeitet wurde. Hier können Sie Ihren Wissensstand, Ihre Aufgabe und die Anzahl der Wiederholungen leicht erfassen. Lernmethoden, Lerntipps und Gedächtnishilfen Vorschläge für Ihren optimalen Lernrhythmus Ausführliche Lernskripte zu jedem Prüfungsgebiet Eine Sammlung der relevanten Rechtsgrundlagen Mindmaps, die Ihnen den Lernstoff in gehirnfreundlicher Darstellung präsentieren Kurzskripte, die Ihnen anhand des Pareto-Prinzips die wichtigsten Lerninhalte in komprimierter Form liefern Viele Tipps für die Prüfung sowie Hinweise zum Ablauf und der Bewertung Und viele weitere Hinweise für Ihre praktische Tätigkeit In unserem Material wurden die Erkenntnisse zur modernen Erwachsenenbildung berücksichtigt Und unsere Unterlagen werden auch Ihnen helfen, die Prüfung mit Leichtigkeit erfolgreich zu bestehen Mit unserem Material lernen Sie unabhängig von Seminarorten und unabhängig vom Lerntempo anderer Prüfungsteilnehmer Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt Ganz individuell wann, wo und wie es Ihnen passt